Wir sehen uns so, Heizu, 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 der D.E. Haltung gewinnt keine Spiele. Das war der erste Gedanke, der mir heute nach dem WM-Spiel Deutschland gegen Japan in den Sinn kam. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte dieses Affentheater vorher schon wirklich satt. Anders, denn als Affentheater kann man das Ganze in meinen Augen nicht bezeichnen. Und es drehte sich ja alles nur noch um das Bindchen, so als ob die Binde die Welt bewegt. Und Fußball, jeder Sport ist in vielem auch Einstellungssache, ist eine Sache der Motivation. Wie geht man heran, wenn die eigene Nationalmannschaft durch den Tugendterror im eigenen Land so verunsichert wird, dass sich alles darum dreht, dann braucht man sich eigentlich nicht zu wundern, dass dann auf dem Platz die Quittung prompt serviert wird. Und so war es in meinen Augen auch heute, auch wenn das sicher nicht die allein entscheidende Frage war. Aber das Ganze ist ja an Perversivität nicht zu überbieten. Also der Deutsche Fußballbund hat das immer mitgetragen, diese Vergabe der Fußball-WM nach Katar. Jetzt auf einmal erinnert man sich daran, dass im islamischen Kulturraum eine Einstellung zur Homosexualität besteht, die nicht der Einstellung in Deutschland entspricht. Der heutigen, vor 40 Jahren hatten wir ja in Deutschland auch eine andere Einstellung. Und auf einmal ist so etwas wie Kolonialismus wieder da, am deutschen Wesen soll Katar genesen. Und was man in Deutschland nicht kritisieren darf, also diese Einstellung zur Homosexualität und zu anderen Fragen im islamischen Kulturraum, wenn man das hier in Deutschland sagt, ist man ja Nazi, das darf nicht gesagt werden. Denn im Katar, da darf man es kritisieren. In Deutschland, wehe, 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 man sagt da ein Wort darüber, über unsere neuen Mitbürger. Im Katar muss man es sagen, um zu den Guten zu gehören. Es ist in meinen Augen an Absurdität wirklich nicht mehr zu überbieten. Und was mich wirklich angekotzt hat, anders kann ich es nicht sagen, wie man sich vor zwei Jahren, vor einem Jahr gesult hat in der eigenen Gutheit gegen Ungarn, die bösen, homophoben Ungarn, die in meinen Augen überhaupt nicht homophob sind, sie sind nur zum Beispiel gegen eine Frühsexualisierung im Kindergarten, dass man gegen die mit den Regenbogenfarben auftritt. Und dann hat man schon diesen Kompromiss mitgemacht mit diesem One Love statt der Regenbogenbinde, um die Kataris nicht zu typieren. Und dann verzichtet man auch darauf, macht das auch noch mit, also in meinen Augen phänomenal. Man setzt sich die eigene Morallatte fünf Meter über dem Kopf und dann versucht man nicht mal zu springen. Und dieses Zeichen heute, dass man sich dann den Mund zuhält, also es ist an Absurdität nicht zu überbieten. Der ARD-Moderator lobte das noch, wie toll. Also sie sagen, sie übergeben uns selber den Maulkorb, wir halten den Mund, peinlicher geht es kaum noch und das wird dann auch noch gelobt. Und besonders verrückt daran, was hätte man zu fürchten gehabt, eine gelbe Karte, dass vielleicht mal einer nicht spielen kann. Und ich habe das auf Twitter auch kommentiert und da kam dann ein böser Kommentar. Ja, bei den Iranern haben sie es gelobt, dass die nicht mitsingen bei den Deutschen, wenn die die Hand vor den Mund halten, dann kritisieren sie es zweierlei Maß. Da frage ich mich wirklich, muss man betreut informieren heute? Kann man das vergleichen, was die Iraner riskieren in der Mullah-Diktatur mit dem, was unsere moralisch super auf Linie befindlichen Fußballhelden riskieren? Völlig sind da die Maßstäbe auseinander geraten in meinen Augen. Warum? Ich finde das bitter, finde diese Niederlage aber auch folgerichtig. Warum? Das erkläre ich auch nochmal in einem Witz, den Peter Hane hier vor kurzem gemacht hat, der aber so gut ist, dass ich ihn nochmal wiederhole im Nachklapp. Ich bedanke mich einstweilen. Schaut wieder rein, abonniert, lasst ein Like da, kommentieren, um die Algorithmen in Schwung zu bringen und auch mal reinschauen bei den neuen Fanartikeln der Unterstützer. Die haben tolle Sachen wieder gemacht. Das ist von Tassen, wunderbares Weihnachtsgeschenk bis hin zu Mützen. Die geben sich unglaubliche Mühe und sie haben damit nicht nur ein tolles Weihnachtsgeschenk, sondern unterstützen auch noch meine Seite www.eine-frage-noch.de Und jetzt ganz neu Fun-T-Shirts und Fun-Artikel gibt es jetzt, zum Beispiel mit dem Waschlappen von Gretschmer und vielen anderen Dingen. Da einfach mal reinschauen. Nicht Gretschmer war das mit dem Waschlappen, sondern Gretschmer. Aber wir haben so viele Waschlappen in der Politik, da kann man auch schon mal einen Waschlappen mit dem anderen verwechseln. Ja, vielen Dank und wer kann, freue ich mich über Unterstützung. Alles Gute, danke, ciao. Ja und zum Schluss noch der Witz von Peter Hane, der mir so gut gefallen hat. Er sagte, wenn alles nach Haltung geht, was jetzt auch für die Bundesnationalmannschaft ein großes Thema war, darf man Nationalmannschaft noch sagen, ist wahrscheinlich schon Nazi. Ja, man hat ja Mannschaft draus gemacht oder Team. Und ein Autor auf meiner Seite, Thilo Schneider, hat es jetzt in einem Artikel, er nennt sie Diversschaft. Es ist ja keine Mannschaft mehr sein darf. Es ist ja auch falsch gegendert. Und zurück zu dem Hane-Witz. Er sagte, wenn alles nach Haltung geht, dann kommen wir so weit, dass wenn jemand mit einem Herzinfarkt ins Krankenhaus kommt, dass man ihm dann sagt, die zwei Ärzte, die jetzt Dienst haben, die haben eine schlechte Haltung, aber die Putzfrau hat eine gute Haltung. Lassen Sie sich doch von der Putzfrau operieren. Das zeigt, wie absurd das Ganze ist. Und ich glaube, die Japaner haben heute auch ein bisschen zumindest profitiert von unserem Haltungsfanatismus, Haltungsidiotismus könnte man es auch nennen. In diesem Sinne, alles Gute, wieder reinschauen, abonnieren, liken, danke, ciao. Und Mikro heute mal sogar im Bild, damit ich es nicht wieder vergesse, weil sonst lasse ich es immer hier weggeschwemmt. Hören Sie den Unterschied? Jetzt ist es weggeschwemmt, dann halt das so schrecklich. Diesmal den Fehler nicht gemacht, dran gedacht. Vielen Dank, ciao.